Ein Audi A6 ist hier zum Verkauf angeboten. 5 Personen haben in dem schwarzen 5 TRER Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 138.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2011. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 190 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017